Bitcoin-Halfing ist vorbei, aber wie geht es jetzt weiter mit dem Markt? Kommen wir in einen Bärenmarkt, crasht es oder haben wir weiter steigende Preise? Ich verrate es, bis gleich. Ja, herzlich willkommen die Zuschauer. In diesem Video geht es darum, dass Bitcoin-Halfing ist vorbei. Und jetzt stellen sich natürlich viele die Fragen, was ist das nächste Narrativ? Und warum sollten die Kurse jetzt weiterhin steigen? Hinzu kommt ja auch noch, der Bitcoin-Spot-ETF ist durch. Und auch da haben wir jetzt teilweise mehr Abflüsse gesehen wie Zuflüsse. Plus die ganze Halfing-Geschichte ist durch. Ethereum, Spot-ETF ist die Frage, es sieht eher danach aus, dass sich das Ganze verzögern wird. Und warum soll es jetzt weiterhin steigen? Oder warum bleiben die Kurse gleich? Oder sinken sie? Also man muss das Ganze jetzt ein bisschen rational betrachten. Wir haben drei Möglichkeiten. Das sind die, die ich gerade sagte. Steigende Kurse, fallende Kurse oder es bleibt gleich. Ich möchte auf alle Punkte eingehen. Und zum Schluss des Videos werde ich mein Fazit sagen, wie ich diese Meinung einschätze. Steigende Kurse. Ja, jetzt muss man sehen, was ist das nächste Narrativ? Es steht ja noch aus, dieses ganze Thema Real-World-Assets. Also, dass immer mehr Dinge tokenisiert werden. Auch da könnte der nächste Hype entstehen, weil auch gewisse Vermögensverwalter das ganze Thema immer mehr vorantreiben. Und auch riesige Millionen- und Milliardenbeträge in gewisse Fonds schon mal parken, die diese Technologie voranbringen. Das ist mal das eine. Zusätzlich haben wir natürlich den Ethereum-Spot-ETF. Wenn er kommt, ist es natürlich bullisch. Muss man natürlich ganz klar sagen. Aber auch jetzt sieht das Ganze nicht danach aus. Die SEC kooperiert nicht richtig mit den Antragstellern. Auch gewisse Experten tiefer drin sind in der Thematik. ETF-Experten sagen, ja, die Chance ist nur noch 25%. Und man muss natürlich aufpassen, wenn dieser Ethereum-Spot-ETF genehmigt wird, kommen natürlich alle anderen Altcoins natürlich um die Ecke. Da haben wir natürlich Cardano, Solana oder solche Sachen wie Avalanche und was es da noch alles, alles gibt. Auch da ist es natürlich dann eine Thematik, ein ETF auf das Ganze aufzusetzen, dass die Leute einfach einsteigen können. Also, wir haben jetzt gesehen, das sind jetzt mal so die Szenarien für mich jetzt natürlich, wie das in Zukunft jetzt weiter aussehen könnte. Man darf aber auch nicht vergessen, dieser Spot-ETF, da wird in Zukunft immer mehr Kapital auch reingehen. Also, wir haben jetzt nicht das ganze Kapital gesehen. Auch viele gehen schrittchenweise rein. Viele stellen jetzt erst den Kunden ihr neues Produkt vor. Da werden wir auch immer mehr Tranchen sehen, die praktisch hineingehen in den Ganzen. Also, ich würde jetzt noch nicht sagen, wir haben jetzt alles gesehen. Aber es kann sein, dass die Luft natürlich auch dünner wird bei den Ganzen. Man wird es sehen. Szenario Nummer 2 wäre natürlich eine Seitwärtsphase. Wir haben ein paar gute News. Dann haben wir mal wieder ein bisschen schlechtere Sachen. Es geht hoch, es geht runter. Ist natürlich jetzt auch momentan realistisch, weil sobald es höhere Anstiege gibt, kommt immer wieder irgendwas raus. Thema Leitzins, dass der gleich bleibt, nicht gesenkt wird. Auch das hätte ich jetzt noch nennen können. Bei Punkt 1, Bullish, dass die Leitzinsen weiter gesenkt werden. Es geht von zwei Zinssenkungen aus. Noch in diesem Jahr, ob die kommen, weiß man nicht. Aber um darauf zurückzukommen. Ja, wir haben hier gute News. Dann haben wir News, die das Ganze ein bisschen runterziehen. Also, es hält sich so ein Waage. Das ist ja eine typische Seitwärtsbewegung. Es geht hoch, dann geht es wieder runter. Ja, schlangenartig. Und dann pendelt sich das irgendwo ein. Und ja, so richtig gibt es keinen richtigen Antrieb. Aber auch immer, wenn es runter geht, gibt es dann auch wieder von unten her. Wird irgendwas befeuert, dass es oben bleibt. Und das ist natürlich jetzt aktuell auch mit dem Sommerloch gesehen. Ja, wo wir uns jetzt langsam befinden in dem Sommerloch. Wenn man sich das mal anguckt. Die letzten Jahre waren immer jetzt diese Zeit, sage ich mal, bis Herbst, Spätherbst. War eigentlich immer sehr, sehr so eine Konzentrierungsphase in dem Kryptomarkt. Außer wir waren natürlich im Bärenmarkt. Wurde natürlich abverkauft in dem Ganzen. Aber ich würde sagen, wir befinden uns jetzt langsam in dem Sommerloch. Und das heißt, wir sind in einer Konzentrierungsphase drinnen. Wie es danach aussieht im Herbst, da hängt von vielen Faktoren ab. Und da würde ich sagen, machen wir den dritten Punkt auf. Und da reden wir von, es geht runter. Was heißt das? Bullenmarkt ist vorbei. Und wir gehen jetzt runter langsam. Wir konzentrieren es noch. Wir gehen runter langsam in einem Bärenmarkt. Das heißt, ja, der Bullenmarkt ist vorbei. Und ich hoffe natürlich, ihr habt eure Gewinne mitgenommen. Ja, muss natürlich auch ganz klar sagen. Wäre auch ein mögliches Szenario. Weil wir haben natürlich schon Anstiege gesehen beim Bitcoin von 16.000 hoch auf 70.000 in den letzten 18 Monaten. Und wenn ich das mal hochrechne und mal sehe, was die Cineo gemacht haben oder andere Kryptowährungen wie so Graf. Da reden wir von 100 bis 200 Prozent, 300 Prozent. Und das ist für mich schon Bullenmarkt mäßig. Ja, ich weiß, diese Altcoin Rallye, auf die warten noch die meisten. Aber wer sagt, dass diese Altcoin Rallye jedes Mal in einem Zyklus mit drin ist? Und wenn man sich die Gesamtmarktwirtschaft ansieht. Also ich rede jetzt nicht von den Vermögensverwaltern, von die es Großkapital haben. Sondern ich rede jetzt von den Kleinanlegern, die in der Vergangenheit den Markt doch immer sehr, sehr stark gepusht haben. Natürlich, umso höher die Marktkapitalisierung, umso weniger hat es den Einfluss, ob Hans und Franz investiert. Aber wenn hier richtig natürlich Power reinkommt von den Kleinanlegern, das beflügelt natürlich alles. Und das haben wir momentan sehr, sehr wenig. Warum? Es ist natürlich klar, diese wirtschaftliche Lage weltweit. Hohe Preise, Inflation, je nach Region, Arbeitslosigkeit, politische Überregulierung. Man wird ja hier totreguliert. Das ist ja unglaublich, was da in manchen Ländern abgeht. Gerade in Deutschland ist das beste Beispiel. Und das sind alles so Punkte, die es einem kleinen Mann, sage ich mal, sehr, sehr schwer machen zu sagen. Ja, ich haue jetzt mal jeden Monat ein Tausender rein. Oder ich gehe jetzt mal an meiner Gesparten bei und setze jetzt mal 20, 30, 40.000 in den Kryptomarkt rein. Das ist momentan wirklich eine schwierige Phase. Da sehen wir auch noch das ganze Kriegsthema. Ein unsicherer Markt. Russland, Ukraine entwickelt sich das weiter. Da gibt es den Dritten Weltkrieg. Drückt da mal jemand auf den Knopf. Das Thema Nahost, ja. Dieser ganze Konflikt, der jetzt auch den Markt gedammt hatte. Da weiß man auch nicht, was passiert jetzt. Deswegen flüchten ja so viele Leute in Gold. Weil sie ganz genau wissen, Gold ist krisensicher. Jetzt ist es momentan am besten, in Gold auch reinzugehen, sagen sich viele. Weil einfach dieses geopolitische Umfeld extrem Spannung hat. Auch das Thema China, Taiwan ist noch nicht vom Tisch. Ja, ich denke, das wird sich auch noch zuspitzen in nächster Zeit. Und es ist wirklich schwierig, das Ganze einzuschätzen. Und deswegen tun sich da viele Anleger schwer. Sind mehr auf der Seitenlinie und warten den Markt ab. Oder sagen, okay, ich gehe in die Assets rein, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die auch performen werden. So wie Edelmetalle. Muss man natürlich hier ganz klar sagen. Ja, jetzt kommen wir mal zum Fazit. Wie ist meine Einschätzung? Man muss jetzt sagen, ich denke, wir gehen jetzt in ein Sommerloch rein. Das heißt, die Preise werden nicht groß hoch, aber auch nicht groß runter gehen. Das heißt, wir sind in einer Konzidierungsphase. Ist jetzt meine Einschätzung bis zum Herbst. Es sei denn, es passiert natürlich geopolitisch etwas. Also wenn sich die Lagen, was ich gerade sagte, diese Brandherne weiter hinzuspitzen, was passieren könnte. Also dann kann ich mir vorstellen, dass wir sogar in einen Bärenmarkt reingehen. Das heißt, der Bullenmarkt ist vorbei. Also wer jetzt hier fette Gewinne gemacht hat. 300, 400, 500 Prozent. Dann würde ich mir empfehlen, langsam mal Gewinne mitzunehmen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, beziehungsweise mehrere Videos zu dem Ganzen und habe schon auf gewisse Thematiken hingewiesen, mal Gewinne mitzunehmen. Also die Gefahr ist für mich realistisch, die liegt bei mir schon bei 30 Prozent, dass wir jetzt in nächster Zeit in einen Bärenmarkt wieder reingehen. Also das ist möglich, trotz institutionelles Kapital von dem Vermögensverwalt. Da kann ich mir das vorstellen, wenn sich hier die Lagen weiter zuspitzen. Was natürlich jetzt ein bisschen Hoffnung bringen kann, und dazu habe ich auch ein Video gemacht, ist natürlich jetzt die US-Wahl im Herbst. Weil ich gehe davon aus, dass Donald Trump kommen wird, gehe ich aus zu 90 Prozent und er könnte geopolitisch das Ganze beruhigen. Er ist auch nicht Kryptowährung abgeneigt. Er selber hat ja ein Millionenportfolio in Kryptowährung. Gerade auf Ethereum steht er sehr, sehr stark. Kann ich mir vorstellen, dass er den ganzen Markt beflügeln wird. Wie schnell müssen wir abwarten? Aber das wäre jetzt für mich ein Hoffnungsschimmer, wenn sich das Ganze geopolitisch noch zuspitzt und dann kommt Trump in der Macht. Die Frage ist jetzt, wie sieht das alles mit dem Zeithorizont aus? Also dieses Szenario ist für mich auch nicht unrealistisch. Das heißt jetzt Konsolidierungsphase, hoffen, dass geopolitisch nichts zunimmt. Und dann kann ich mir aber vorstellen, dass wir im Herbst nochmal steigende Preise haben. Und 2025 sprechen einige Sachen dafür mit der US-Wahl, mit der Zinsreduzierung. Dass auch der Spot ETF, muss ich sagen, denke ich auch, dass der 2025 kommen wird auf Druck der Vermögensverwalter. Denke ich, dass 2025 ein gutes Krypto-Jahr werden kann. Und wir weiterhin den Bullenmarkt fortsetzen. Wenn es jetzt nicht zu Spannung kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass die Luft jetzt aktuell ein bisschen draußen ist. Halfway ist vorbei. Die Spot ETF haben auch teilweise mehr Abflüsse wie Zuflüsse. Und wenn jetzt das noch geopolitisch dazukommt oder irgendwie was anderes. Ja, ich habe auch schon gehört aus diversen Kreisen. Die nächste Pandemie könnte auch bevorstehen. Dann könnten wir in meinen Crash reingehen. Das heißt, unsere Hoffnung natürlich, wir haben schon Gewinne mitgenommen. Wir gehen jetzt in ein Sommerloch rein. Vielleicht sogar leicht steigende Kurse. Donald Trump kommt dann an die Macht. Schließt die ganzen Brandherde. Und beflügelt das Ganze. Dann sind wir in 2025. Leitzins geht nur runter. Und wir haben hier wirklich eine geile Rallye, die denn stattfinden wird. Das ist eigentlich so, wie ich das jetzt sehe. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren nochmal reinschreiben, wie ihr die ganze Sache seht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.